Ist hier hinten noch so ein... Nee. Hallo. Wird Burgshain in Ordnung sein? Weiß ich nicht. Man sagte mir, das sei ein Sicherhaut. Wir haben im KSD-Vorkruierung Leute verloren. Hm. Aber nicht gut. Hallo. Ich war in dem Raum versteckt, als ich sah, wie ein Monster sich einen Menschen verwandelte und Kleider anzog. Echt? Oh. Oh. Geheimbuch. Ein Geheimbuch bekommen. Äh, da. Magische Bücher für die linke Hand. Und was bringen die? Uh, ja. Schön. Sehr gut. Das war nicht verkehrt. Und da ist noch eine Trankbeere. Wunderbar. Schön, 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 schön. Oh, ein langer Gang. Oh, der Vogel ist hier. Könnt ihr mich vielleicht mal heilen oder sowas? Oh. Als hätte ich es gewusst, dass in der Ecke was liegt. 4.800. Pff, pff, pff. Ist noch irgendwo was? Ist noch irgendwo was? Da oben. Ihr könnt mich doch bestimmt mal heilen, oder? Nochmal 2.100. Hallo? Hallo? Ein großer Hund wurde auch mit uns evakuiert. Okay, schön. Auf meinen Reisen erfuhr ich, dass Monster die Stadt des heiligen Centaure besetzten. Oh. Als wir hier reinkamen, da war nichts dort. Doch dann tauchten plötzlich die Monster auf. Tja, warum nur? Hallo, Jane. Sie sagte etwas von den Dimensionen. Wie sind die Monster hier durchgekommen? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ihr zu blöd wart. Diese Dimensionsbarriere sollte perfekt sein. Wie kam das Monster herein? Ich weiß es nicht. Fragt mich doch nicht sowas. Diese Dimensionsbarriere soll für Menschen harmlos sein. Was willst du? Weichern ein, mal bitte. So. Machen wir, machen wir, machen wir. War wieder mal vorbei. Ja, 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 ja. Mach ich. So, hier geht es nach unten. Noch mehr lange Gänge. Und noch mehr Monster. Och, die drei wieder. Drei von der Tankstelle hier. Muss ich normal besiegen. Weil ich keine Muni mehr habe. So. 22 HP hat er bekommen. Einer down. Noch einer down. Und der letzte kriegt auch auf den Sack. Pritzel, pritzel, pritzel. Und dann geht er tot. Schön, 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 schön. Ich habe die ganze Zeit nicht daran gedacht, dass ich dieses Bark noch habe. Naja. Macht nichts. Da geht es nach oben. Muni. Oh, scheiße. Ist das jetzt ein Boss, oder kann ich den mit dem... Oh, was bist du denn? Agaless. Gut, dass ich keine Muni mehr habe, ne? Ich glaube, das funktioniert nicht, aber... Probieren kann man es ja mal. Ist es jetzt ein Boss, oder ist es kein Boss? Ich weiß es nicht. Seelentöter? Mal gucken. Klappt das? Ja, verfehlt. Ist ein Boss. Okay. Der große Hund, der mit evakuiert wurde. Shit, 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 shit. Naja, gut, immerhin. Hauler Atem. Äh. Du Gammelschnauze. Bleh. Na gut. Dann, ähm, machen wir das halt so. Wir müssen einmal den Rudy heilen. Und dann musst du dich selber heilen. Mal gucken, wie viel das bringt. Ist wahrscheinlich ein Panzerhund, hätte ich jetzt beinahe gesagt. War so wenig Damage bei dem. Was ist los? Den normal angreifen, oder wie? Aua. Tausend Damage. Oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Scheiße. Ich mach grad wirklich kein Damage bei dem Vieh. 616 Damage. Oh. Oh. Scheiße. Hm. Lass den doch. 27 Damage nur. Äh. Beschützer. Warum denn jetzt nochmal so einen fetten Boss? So, warte mal. Angriff vermeiden. Warte, wie war das? Slow down. Glaube ich. Hey, 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 haariger Gegner wieder. Reaktionsrate minus 50%. Lass doch den Rudy in Ruhe. Was hast du denn nur die ganze Zeit mit dem, du Kackvieh? Ähm, nein, halt, Angriff. Kann er nicht so machen. Äh, Rudy muss nochmal angreifen. Nee, halt. Rudy muss sich heilen. Jack muss angreifen. Und Cecilia muss sich heilen. Theoretisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal gucken, ob das was bringt, aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Da fehlt Scheißdreck. Das darf doch nicht wahr sein. Ah. Hm. Oh. Er schmeißt sich jetzt immer da davor. Oh, super Treffer. Und? 497. Immerhin, immerhin. haben wir noch irgendein Item, was wir irgendwie benutzen können, um den irgendwie einen reinzuwirken? macht das Bewusstsein wieder lang. Nee. Ich glaube, wir haben da nix, ne? Das sind, nee, 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 nee. Wir haben da nix. Ah, Sprengschlag. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, ich wollte ihm irgendwie sein, seine Verteidigung runterballern. So, mal gucken, ob es klappt. Hm. Hm. Der ist echt hart, der Gegner. Ey, der ist echt hart. Hm. Äh. Der macht das bei uns auch. Oh, was für ein Arschloch. Der hat's bei uns auch gerade gemacht. Hm. Ich muss jetzt die Verteidigung wieder hoch machen. Mal gucken. Verteidigung erhöhen. Nee, gibt's das nicht für die Gruppe? Glaubt gar nicht. Abwehrquote. Nee. Field. Field. Ah. Mal gucken. Was was bringt. Ich hab' ungutes Gefühl, dass wir den nur schwer platt kriegen. Ah, der hat echt super viele HP. Äh. Windwirkung halbiert. Ja, super. Nee, das war's glaube ich nicht. Autsch. Ich glaube, das war's nicht. Hm. Hm. Waffe verfluchen. Große Explosion. Gruppe. Angriff vermeiden. Hide. Nein. Nee. Mal gucken. Vielleicht bringt's was. Weiß es nicht. 430 Damage Condition Green Wir können gleich nochmal unsere Dings einsetzen Unsere Wächter Habbeerrate plus 25% Scheiß Dreck Frucht ist wiederbeleben So mal gucken Ob es was bringt Super Treffer 1879 Damage Wenigstens mal jetzt ein bisschen was Geklatscht Das hat sich mal gelohnt Aber er kriegt jetzt halt nicht viel Nein, das ist gemein Und tot? Ja, wieder tot Shit Shit, 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 shit Ja, ich muss ja einen Meteorensprung machen Ich hab auch nichts mehr, womit ich den wiederbeleben kann, ne? Ne Mach jetzt mal noch folgendes Ich cast mal eine Glückskarte Dass wenn wir den platt machen Das ist, wenn es uns auch lohnt Wenn wir den platt machen Wie gesagt Ich seh es noch nicht kommen Dafür hat der Oh, nicht Armory down Du Mistvieh Äh Scheiße Jetzt kann ich davon nichts mehr machen Aber keinen Wächter casten Sehr gut So, gucken wir mal Huch Er ist so groß, dass man Gar nicht sieht Den Den Wächter, den man Schwört 1200 200 1500 Und er ist nicht down Oh Fuck Ich hab jetzt gar nichts mehr, was ich machen kann, ne? Mega Bäre Ich brauch die gerade Super Treffer Oh, es hat geklappt Ein Glück Oh, ja Wie viel mal willst du mir noch die Rüstung runterballern, du Dreckstvieh? Äh Minus null Wir haben keine Verteidigung mehr Null Verteidigung Und ich kann davon nix machen Beschleuniger Reaktion erhöhen Finden aber halt auch nix Äh Achso Musst halt angreifen, ne? Ah, hier können wir nochmal Wächter machen Sehr gut 165 Damage Ey, das ist nicht Das ist so lächerlich Ah Scheiße Wenn es das jetzt nicht war 1470 Ne, war es natürlich nicht Oh Mann Ey Oh Mann Oh Mann Oh Mann Armour down Hm, okay Äh Halt Frank Bäre Das ist ein Armour down Habe ich aber eigentlich schon gemacht Mh, mal gucken Mh, mal gucken Tidimo minus 50 Mh Mh Ekelhaften Nein So, und jetzt nehmen wir nochmal Äh, 50 MP wiederherstellen Shield hilft gegen Shield hilft gegen Also meinst du das hier Oder gibt's da nochmal extra ein Shield Ah, hier Mh, machen wir's mal so So, verteidigung plus 50 Ist klar, dass du jetzt auf Cecilia gehst Weg, sack So, äh Kann den Wächter benutzen Sehr gut So, Cecilia muss unbedingt heilen So, mal gucken Da müsst ihr ja jetzt ein bisschen Mehr Damage machen als eben noch Weil er jetzt Verteidigung Minus 50 hat Minus 50% Oh, der müsste echt langsam Mal tot gehen Boah, der ist immer noch nicht kaputt Fuck ey Wie stark ist denn der Ja, klar Klar Okay Verteidigung minus 0 Na gut Äh Was sagst du Flame, break or freeze Break Hab ich break überhaupt Mal gucken Was das bringt 853 Damage Gerade gemacht 268 Das ist so lächerlich Mh Mann, ho Mh Nochmal Was war das nochmal Äh Arm down Hm Ja, 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 ja Tja Der macht die ganze Zeit Die Rüstung runter Die ganze Zeit Und dann wieder angreifen, ne Blöder Sack Echter So Mal gucken Was es bringt Meine Güte Der hat aber auch viel Unfassbar Komm schon Ey, das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Wie viel hat der? 20.000? 30.000 HP? Wahnsinn Halt Mach mal den Wächter Beide Wächter Beide jetzt Wächter Draufballern 20.000? Ja, ich hab ja gut geraten Wahnsinn 20.000 HP Müsste man aber bald haben Nicht mehr viel Fehlt nicht mehr viel Es kann nicht mehr viel fehlen Theoretisch So viel wie ich den Jetzt schon reingeballert hab Komm schon Geh down Endlich Boah Was ein Ficker Der war echt hart Aber machbar Im Vergleich zu Boomerang vorher Machbar 6.000 HP Check Level up Ja, und Rudy hat nichts Davon abbekommen Scheiße